ja hallo ich bin mal wieder innerhalb eines tages am essen machen ihr seht das video oder eine woche später nach dem chili con carne ja ich mache ein indisches linsen curry ich bekomme da hilfe von erna's adventure die unterstützen mich da beim rühren feuer machen und allem drum und dran und ja was brauche für das curry natürlich ein bisschen wasser bzw brühe ich habe dann einmal selbstgemachte brühe die ich geschenkt bekommen habe schöne grüße gehen raus an eda dann halt salz pfeffer knobelauch 10 dann halt curry ich nehme hier curry madruckers dann halt rote linsen einmal ingwer kokosmilch tomatenstücke beziehungsweise ganze tomaten geschält die stücke ich mir neben selber senfsaat paprika lauchzwiebeln ja und halt öl zum anbraten ich werde jetzt gleich die lauchzwiebel und paprika schnippeln den ingwer knobelauch und da nehme ich euch mit ans lagerfeuer und dann könnt ihr gerne zuschauen in welcher reihenfolge wie was gemacht wird ja also indisches linsenküri normalerweise hätte ich jetzt rapsöl genommen da wir jetzt über erners adventure noch erdnussöl haben nämlich erdnussöl und wir das mal aus kommt halt rein in topf ich mache dann sind saat rein also sind körper dann kommt der ingwer rein kann mir ein bisschen anrösten mit dem curry gleich zusammen wie gesagt curry madruckers nämlich soll ein curry werden also kann ruhig ein bisschen mehr rein außer man hat jetzt ein scharfes curry ja jetzt gebe ich noch den knobelauch hinzu ja paar frühlingszwiebeln sind noch mit dabei das ist aber nicht schlimm finde ich dann die linsen können auch ein bisschen anrösten da ich jetzt so eine gemüsepaste habe also gemüsebrühe als paste röste ich die auch noch ein bisschen mit an ich hoffe das war jetzt nicht zu viel mal kein mut zur lücke riecht auf jeden fall würzig riecht nur qualm genau dann eine paprika darauf zieht immer zu den domen war ja eben schon mal das thema sprichwort des tages ja aber jedes mal ja dann machen wir jetzt die äh normalerweise wird man jetzt mit der gemüsebrühe ablöschen domenik macht nur mal wasser noch da rein dann kann ich in der zeit wenn ich das messer dabei hätte vorbereitung ist natürlich alles ne leute kann ich nämlich schon mal die tomaten noch klein schneiden weil sie sind nicht gestückelt in der grise muss man nehmen was man kriegen kann in der grise muss man nehmen was man kriegen kann also ne gute hitze ist auf jeden fall da schön durchrühren jetzt mache ich die kokosmilch noch dran gehört ja irgendwie zu jedem curry gericht habe ich das gefühl dann mache ich den becher dann auch nochmal mit wasser beziehungsweise dominik der unterstützt mich da bestens jetzt und dann dann lässt man das kochen unter ständigem rühren und dann so zehn minuten bevor die linsen gut sind kommt halt noch dann die frühlingszwiebel hinzu und dann noch mit salz und pfeffer abschmecken und dann sollte es fertig sein wie gesagt das rezept habe ich jetzt noch nicht ausprobiert und ich bin mal gespannt wie es schmeckt probieren geht über studieren also ob es schmeckt oder nicht da kriege ich dann nachher noch eine rückmeldung ja jetzt haben wir das solange kochen lassen bis die linsen fast weich sind also dass sie noch ein bisschen biss haben jetzt packe ich noch die frühlingszwiebeln hinein dann salz pfeffer und dann lässt man es nochmal zehn minuten kochen und dann kann man nochmal abschmecken ob alles passt von der menge du weißt dass das aber gerade kein mehr salz war das war viel mehr salz ich bin eher so der würzige typ umrühren und dann nochmal zehn minuten rum köcheln lassen sieht auf jeden fall klasse aus ich bin mal gespannt wie es schmeckt hatte eben schon mal vorgekostet ob die linsen in ordnung sind und ich finde ein bisschen kürrika noch dran und ein bisschen mehr knoblauch aber das optimiere ich an dem rezept was ich dann unten in die beschreibung packe ja es ist ja ein bisschen später geworden hier beziehungsweise haben wir ich stelle mich mal in die andere richtung ich hoffe das wirft keinen schatten nein sehr gut ja es ist ein bisschen später geworden beziehungsweise haben wir Winter und der linseneintopf der indische linsenküri ist fertig sieht ziemlich cool aus hätte ein bisschen dicker sein können aber ich hatte sorgen dass es ja vielleicht anbrennt oder zu dick wird aber passt ja wir probieren jetzt und dann gibt es gleich nochmal ein Feedback ja war super lecker Schüssel ist leer Daumen hoch war klasse bisschen viel Ingwer aber ich werde das in einem Rezept berücksichtigen ich schreibe euch das dann unten rein ich werde das in einem Rezept beruf